Der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine zehn Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ich lass dich wohl... Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herren hier. Aber der hat doch bereits... Satt. Hm, das geht jetzt so weiter. Wie können wir den König besiegen? Gibt es noch irgendwas? Wer hier vorne noch brauchen die Leute? Mal schauen. Ja? Ja? Ist ja. Komisch. Hallo, Professor. Angriff der Flugsarie! Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bench dann mienen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nun fehlen mir ein paar Dino-Diene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernstein-Einschlüssen. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Dino-Mensch-Breden in seine Geheimlebe auf die Jupiter. Nein. Das wusste ich doch nicht. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja. Plus Minus 10 Minuten. Ja. Plus Minus 10 Minuten. Ja. 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 Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eda auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Da ist alles dabei. Wasserfächer. Marathbächer. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste! Bruce Lee! Kein Wun... Ja. Da ist aber meinetwegen kein Bobo-Bär-Roll. Punkt, Punkt, oh mein, schande, ich wollte doch wissen, wie es, was soll ich schreiben? Komplettlösung, okay, was soll ich schreiben? Kaffee, okay. Kaffee, okay, dann kann ich hier noch nicht einpacken. Eine Lampe. Was? Ein paar Muster werden ja wohl nicht schaden. Soll ich Freunde machen? Was? 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 Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Oh, herrlich. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Oh mein Gott. Okay, komm jetzt hier nicht irgendwie weiter. Jetzt müssen wir einen Drink bestellen. Mal schauen, was uns das bringt. Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einmal die Komplettlösung bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Lass mich mal sehen. Witzbold. Das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Hm, das kann ich schon auch machen. Barmann, ein Drink bitte. Oh? Barmann, natürlich. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf. Und wie das auf. Buss. Lass mich mal sehen. Witz. Boah. Das ist besser. Ach Mensch. Gibt's ja wenigstens ein Glas Wasser bitte. Steht nicht. Was? Lol. Ja. Einen Biggidi-Baggidi-Boo bitte. Steht nicht auf der Karte. Steht nicht auf der Karte. Steht nicht auf der Karte. Ja, ja, ja. Einen Stinktrink bitte. Ein Stinktrink. Kommt sofort. Ja. Sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist die mir gestorben? Ich muss verrückt sein. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäuter haben das vor. Umzingeltkörnel. Oh, Gott sei Dank. Alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Durchwachsen. Ich meine, hast du ihn ganz leer getrunken? Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinktrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Oh. Fliege. Platz. Strom. Ein. Fliege. Was machen wir da? Wenn ich bedenke, wie leicht das hätte... Ich denke, wir können ihn wahrscheinlich irgendwie wegfloppen. Da ist das Licht an. Oh. Vielleicht angenehmer hier drin. Aber was machen wir denn? Jetzt sind wir ja fliege. Hm. Unter dem Platz. Nee, nix nix. Hm. Hm. Ich glaube, das ist... Hm. Tappend. Was könnten wir in den Alu mal gehen? Dass der uns, ähm... Feilermügel gibt. Hm. 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 Wir sind drin. Mö. Nix nix. Ja, ich bin ein. Da irgendwo ist. Mau ich richtig rausgehen. Ich glaub. Da wo nicht. Da irgendwas ist. Ich geh nur mit deuten. Ich gucke. Mal schauen, ob da irgendwas... Hallo? Hallooj! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Yuppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Sch... Oh nein! Nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo? Bist du noch dran? Das war jetzt richtig. Was sagst du? Oh mein Gott. Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Oh nein. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Oh mein Gott, war es da wirklich richtig? Oh mein Gott. Okay. Äh? Uuuhh. Ja. Okay, dann darf man schon die Telefonzeit gehen. Da hat Poké doch vorher irgendwas drüber geredet, dass man erst das Telefon braucht und auflegen muss und irgend so Zeug zu nehmen. Was war das? Ach, jetzt ist eine Mütze da. Hey, da ist eine Mütze! Wechselgeld! So, aber was machen wir mit der Mütze? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei dem Raum? Nein, der Autopose, der Automat. Oh mein Gott. Die wird er bauen. Oh mein Gott. Sag jetzt nicht das geht. Ich glaube das geht nicht. Aber was machst du? Was ist das für ein Auto-Mort? Da steht nicht da. Der schon? Okay, wir müssen das tatsächlich machen. Kaffee. Der wollte Kaffee haben. Verdammt. Ah genau, der Bienenmann. Der Bienenmann. Ich könnte aber nicht sagen, warum ich das mache. Das ist einfach nur irgendwie so. Hier, ich hab dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Oh ne, der hat doch unschweiß. Nein. Die Konsistenz ist wie Joghurt, die Farbe wie unnächtig. Und doch warnt mich mein Gefahrensinn davor es zu probieren. Feige. Meffelt. Flieger rein. Flieger rein. Ich könnte die Fliege in den Ohren schmeißen. Klingt sinnvoll in meinen. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus. Oh je. Und das. Flieger in den Ohren schmeißen. Noch Chips. Nicht für mich. Danke. Was machen wir denn mit? Warte mal. Was soll ich schreiben? Aetna Surprise. Okay. Ist das der Aetna Surprise? Ich würde es gar nicht wissen. Oh, das wäre so eklig. Moment. War man... Aber natürlich. Einen Aetna Surprise bitte. Steh. Und wieder. Was? Witz. Das ist... Das hast du... Hm... War man? Aber... Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht. Was ist passiert? Hm. Lustige Kicke. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenden Abenteurer. Ja. Netter Kerl. Eigentlich. Er hatte natürlich ne Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Doktor Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er ihn an der Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Das ist der halt. Oh. Erinner mich bloß nicht an den Stinktrink. Ich dachte du willst dich an alles erinnern. An alles gut? Ich fürchte gut und schlecht sind schwer voneinander zu trennen. Hm. Ich... Was wollte ich mal sagen? Egal. Geht noch. Barmann. Ich bin noch ein Stinktrink. Nicht noch einen. Lieber geh ich frei. Schade. Das sind... Das sind Putzen. Naja... Zumindest... Barmann. Eindrink. Barmann. Schätze. Einen Kaffee bitte. Steck. Und wie... Witz. Witz. Das Besserst. Da ist so ne ganze Karte für Eindrink. Hm. Oh. Aber was machen? Können wir das vielleicht einfach dem... Ohrenschmalz? Das tut mir leid. Aber die Haare sind leider ausgegangen. Schade. Aber was macht man mit Ohrenschmalz? Ja.